Hallo liebe Bonsai-Freunde, in diesem Clip habe ich eine alte Wurzel und einen Bonsai zu einem Bonsai-Tanuki vereint. Im Frühjahr werde ich den Bonsai dann drahten und zuschneiden. Die Wurzel habe ich online erstagert und den Wacholder habe ich mir im Gartencenter besorgt. Die Wurzel war ziemlich massiv und so habe ich mich entschlossen sie zu teilen. Nimm zwei Teile, den anderen Teil kann ich vielleicht in einem anderen Mal verwenden. Mit meiner kleinen Fräse habe ich dann den Kanal vorbereitet, die dann später den Wacholder Stamm aufnehmen soll. Die Wurzel bzw. das Totholz behandle ich mit einer handelsüblichen Holzschutzlasur mit weißen Pigmenten. iquer don – Ich 없이 die Wurst und Sl의�olanchläge 1 3 5 2 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vorerst verwende ich zur Fixierung ganz einfach Kabelbinder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.